Ich denke, der verdinkte Hund hat schon einen Tisch geholfen und eigentlich müssen drei Feiergüller schießen, dann plötzlich schießen es zwei. Ja, ich denke, einen Tisch geben wir mal zu in der Feierung. Ich denke, mit einer Aktion, die wir kennen. Vielleicht ist es schon der Match mit dem Europa-Train. Wir denken, 3-4-0 vielleicht. Aber wir haben eine gute Chance. Da haben wir drei Tisch geholfen. Also zwei Tisch am Anfang. Wir schießen zu den Rand und nur schießen wir auf den 3-0. Ich denke, da haben wir schon ein bisschen den Match an. Ich denke, das wäre jetzt ganz okay. Ja, und ich denke, Sie, Hullo, von allem ganz viel so die letzten Passes. Bei Hinde, du kommst der Tisch, der hat nicht viel zu fährt eigentlich von dieser Attacke. Ja, ich denke, das stimmt aber auch ganz gut an. Ich denke, wir werden wirklich gut kompakt. Also ich denke, dass der Pressing noch nicht richtig ging. Für eine Anrichtung war ganz kompakt. Wir haben zwei gute Handspieler, die wir am Panta geholt haben. Dann haben sie auch eine gefährliche Akkassion, weil sie den Ball ganz gut rauskriegt. Ich denke, das ist klar von dem, was wir gewonnen haben. Ich denke, das kann anhand mich noch mehr sagen. Ich denke, das ist egal. Ich denke, wir sind die aber auch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020